so und noch mal schock na so dann hau ich mal den regen raus nicht sonderlich viel schaden und mach eine hydropumpe die natürlich daneben geht und es regnet weiter dankeschön das sollte reichen so brüte übertrank ja bei den anderen machen wir noch mal einen schönen übertrank zack so fertig schutz wirk nicht mehr ohne einen immer noch den normalen schutz sandsturm na gut könnte man einsetzen aber nicht hier ach bock weißt du was sonst fehlen nur so wenig dingens das machen wir mal eben schnell platt zack du solltest erst was horten wenn du etwas entfesseln möchtest du solltest erst was horten wenn du etwas verzehren möchtest so so wo bist du da zack jetzt ist Kongo schon Level 47 da sind die 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 dran was mach ich hier so so das Schuttband geben weniger Gegner angreifen so wir müssen immer den Stein herkriegen und das ist auch noch ein Trainer Maschok immer Maschok im Aufwand das übliche Battle das so das das ist tritt das Ah ja. So. Paralisierung kann ich angreifen. Jetzt war einfach noch ein Ball. Das wird erreichen. Hoffe ich mal. Ja. Männliches Maschok. Anders hätte ich es auch nicht erwartet. Ah ja. Sein durchtrainierter Körper wird nie müde. Er hilft den Menschen, indem er schwere Sachen trägt. Jo. Ähm. Wie nenne ich das denn? Ähm. Ähm. denn es warum keine ahnung das ist ein vogeltrainer oder elektrotrainer dann wollen wir mit einem besiegten boden pokémon bei dem elektrotrainer werden wir es na gut bei dem vogeltrainer wäre es natürlich schlecht da wir schon lange keinen elektrotrainer mehr hatten können wir ja mal davon ausgehen dass es einer ist äh na na jongleur nino mit traumator ok ihr bieben boah seit langer zeit mal wieder ein one hit bei hüten wird er nicht so sein aber er kriegt uns auch nicht sofort platt so boom ja auch schon lange nicht mehr gemacht nein es meditiert zack ja das war das das war die meditation kadabra bin kadabra viel erfahrung ich mein wohl so so ich tausche damit die erfahrung auch ein bisschen halbiert wird so dass jannik ein bisschen davon abkriegt so dass wir getrost den sonderbomben einsetzen können ein surfer wow und noch ein kadabra da kann man dranbleiben so vollerwisch das hat jetzt schon bestimmt der dritte gesagt bei dem ich das merke über das ganze let's play verteilt zack zack so nehmen tausch so und item geben zack 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 so zack 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 Da müssen wir so weit einen ganzen Stein kauen. Ist ja sehr, sehr super. Ein Onyx, Level 48. Na, reicht das? Nee. Tschüss. Überheiler, yay. Da rennt einer. Wie kommen wir denn da hin? Noch ein Onyx. Ja, ja. Ey, du. Du wirst mich besiegen? Ich werde dich besiegen, du. Du Domteur, du. Gottfried. Ich bin Billikat, ey. Flammenwurf. Verdammt. So. So. Das war's nur Billikat. Und jetzt kommt noch ein Endhorn. Nee, da bleib ich dran. Ist immer ein Wasser-Pokémon, aber. Toasty ist. Gut. Na, jetzt auch eine Wasser-Attacke eingesetzt. Nee, Kreide-Schrei. Und Kratzflug hier. Ja, ja. Ist ja gut. Was noch mehr? Ach, egal. Ich probier's einfach mal aus. Na, verdammt. Kann er keine Wasser-Attacke? Katsurie. Kreide-Schrei. Konfusion. Nö. So, jetzt kriegt er jede Attacke irgendwie einmal ab. Den Warhol-Tried. Auweia. Ja. Hm. Hier ist noch ein Trainer. Und noch ein Item. Und noch ein Dompteur. Johann. Ein Pantymos. Na, wie viel Flammenwurfs brauchst du? Einen, zwei oder drei? Zwei. Wow. Das war's. Reicht das wohl? Nee. Oh, bald. Beutel. Trank. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich will das Item. Hagel-Sturm. Ein Hagel-Spiel meine ich nicht. Kommt wir da hin? Nee. Ja, ist ja gut. Mach Schock. Na, reicht das? Zack. Na, noch nicht ganz. Aber so schaffen wir, glaube ich, auch einen Erwerb. Doch, kommt hin. Ich will das. Ja. 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 So, Item nehmen. Zack. So. Item geben. Und einen Superdrang einschmeißen. So, dann klettern wir jetzt diese komische... Wo ist die? Ach, da! Mann! Ach, Bock! Bald haben wir das letzte Mal. So, dass kein Pokémon uns mehr angreift. Wir könnten theoretisch ein komplett neues Team zusammenstellen, dass es sogar noch höhere Level hat als wir jetzt.